Digga, wir müssen streamen. Tschuldigung, Tschuldigung, hey, ich weiß es nicht, Mann, ich wollte auch mitfahren. Wie geht's dir, wie heißt du? Finn, du? Finn, Sascha, freut mich. Wohin musst du? Äh, zu meinem Auto eigentlich. Ah, da ist er, da, da. Digga, fährt der weg? Fährt der einfach weg? Der ist so ein Keg, ne? So ein ehrenloser, Mann, was soll das, Mann? Okay, suchen wir beide ein Auto. Hallo? Ja, sollen wir dich zur Garage mitnehmen? Boah, das wäre überheftig, Mann. Ah, das ist dein Kollege? Ja, deswegen habe ich ja dem anderen auch gesagt, dass... Jetzt checke ich. Auf, fahr, fahr. Nur kurz zur Garage. Hey, wer bist du? No, no. Oh, das war mein Kollege. Halt mal kurz an. Ja, warte, wir fahren nicht kurz zur Garage. Warte, wir fahren nicht zur Garage. Wir fahren schnell die Garage. Wow, zu welcher Garage fährst du denn, Digga? Achso, warte mal, ist das überhaupt eine Garage? Das ist ein Apartment, Digga. Ich finde so das... Okay, komm ich. Ey, du Alien-Pirne. Ey. Alien-Pirne. Was ist denn los? Wieso willst du mich schlagen? Von welchem Planeten kommst du? Ich komme vom Planeten Jupiter. Ey, du, von Jupiter kommst du? Wirklich, wirklich. Hast du ein UFO oder wie bist du hergekommen? Ich bin hier mit einer fliegenden Untertaste. Würdest du sie sehen? Ja, zeig mal. Oha, das ist ja hier eine ganze Gang. Jetzt kriege ich ja Angst. Wir haben ein bisschen geredet. Er hat uns gesagt, wir sollen uns... Zeig mal, hör die Tasse bitte, ich bitte sehen. Wirklich? Ja, zeig mal. Okay, folgt mir, folgt mir. Wir kommen, wir kommen. Wie heißt ihr? Blue Company. Blue Company? Ja. Und wie heißt ihr als Person, als Einzelperson? David, Junge. David, David, Walter. Wen haben wir noch? Den Jim. Den Jim. Walter, David, Jim. München. Und Simon. Und Simon. Ey, ihr habt ja lustige Namen hier auf der Erde. Ja. Wie heißt denn du? Ich heiße Sascha. Ja, total außer der Hand. Ich habe ja noch einen zweiten Namen, gell? Wuh, 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 wuh. Wuh, wuh, wuh. Wuh, wuh, wuh. Wuh, 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 wuh. Oh, Sas. Wuh, oh, Sas. Mann, das sieht ja aus, als ob wir hier eine kranke Gang sind. Ja, lassen wir hochgehen, um zur Garage. Okay, können wir. Dreh mal um, dreh mal um. Hast du Imports, Bruder? Leider nicht. Wir haben ein bisschen am Start. Und was geht bei euch? Nee, komm, wir gehen so in der Reihe. Ich habe gar nichts. Ich habe minus 45.000 Dollar und eine Faust. Nein, habe ich nicht. Komm, komm. Ja, genau so. Du bist der, der Jim, gell? Genau. Jim. Oha. Jim Beam. Jawohl. Und, und wie alt sind sie im Kopf? Hallo, bist du deppert, Alter? 30? 38, ja. 38? Ja, ich bin der Maul. Korrekt. Schau das, ob du... Schau das weiter vorstelle, du bist tot, Alter. Ja, Kinder haben wir genügend bei uns. Ja, das habe ich mir gedacht. Ne, da schießen wir schon wieder. Ich brauche, Alter. Und du bist der Gang-Führer? Nein, ich bin nur der Kodon. Der Don ist nochmal ein Stück, Alter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Jo, danke dir auch. Wir sehen uns auf jeden Fall. Man sieht sich hier immer zweimal. Ja, genau. Das ist, das ist, das ist. Deswegen sei lieber nett zu ihnen, ne? Also, wenn ich die Masken sehe, dann werde ich auf jeden Fall nett sein. Alles klar. Wirklich sehr korrekt. Alles klar. Na denn, viel Spaß noch auf der Erde hier, ne? Ja, danke schön. Sehr, sehr freundlich hier. Uäh. Na frag, Digga. Jo, was geht? Warte. Ey, Bruder, bist du in einer Fraktion? Ich bin in keiner Fraktion. Okay, Bruder, dann schreib mal einen ein. Einmal bitte ein oder du bist tot. Nein, nein, nein. Wirklich jetzt? Ja, Bruder, wir nehmen dich nur als... Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Wir nehmen dich nur als Geisel. Ja, 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 könnt ihr machen. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Guck mal, das ist da vorne im Twingo. Das ist mein Kollege. Digga, wir wollten sowas schon immer machen. Ihr nehmt uns jetzt beide als Geiseln und dann klappt das alles, okay? Oder was? Ich hab da nicht unterschrieben. Wir werden jetzt Teil einer Geisel. Jungs, euch passiert nicht. Hört mal zu, euch passiert nicht. Aber wir kriegen dann ein bisschen Geld ab. So mal haben wir das. Ich kriege da ab. Weitere 100 Millionen. Sag Walla, sag Walla. Walla, 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 100 Millionen. Wollen wir das machen? Weitere kommt Nummer 635, Jungs. 635. Funk? Meinst du Funk? Nein, nein, äh, Nummer. Nummer. Nummer, Nummer. Laden. Shop. Ah, alles klar. Wir sehen uns da. Oh, das sind sie, das sind sie. Ah, ja. Okay, okay. Hilfe, Hilfe. Ich bin der Geisel. Jesus, Digga, was geht? Was geht, Digga? Ich hab gedacht, ihr habt mich verraten, Digga. Nein, Mann. Nein, nein, natürlich nicht. Safe nicht. Haben wir unser Handy geholt und dann. Wir gehen dann gleich, okay, wir gehen dann eine Minute vor Sonnenwende hier kurz schlafen, komm wieder, dann gehen wir nach da hinten zum Shop, weil hier kann man nicht machen. Okay, alles klar. Ich heiß, ich heiß Leon. Sascha, Leon. Daniel, Sascha. Habt ihr Soundboard? Vorsicht. Soundboard? Was, Soundboard? Nein, er meint, äh, Stimmbänder übrig. Ach so. Wieso sollten das nicht unsere echten Stimmen sein? Also, die hören sich schon echt an, die hört sich so an, wie sie ein bisschen... Soll ich, sollen wir rappen? Ja, ich geb dir den Beat. Wühlmaus, Knopfung, lange Nase. Okay, das macht den so sehr peinlich gerade. Uäh. Soll ich noch reden? Soll ich noch so sagen? Ja, du hast ans Bein geschickt. Ja, Hilfe, bitte. Nein, 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 nein. Nein, wenn die fragen, wie geht's dir, sagst du, sagst du, mir geht's perfekt. Uäh. Okay, Jungs, geht alle rein, alle rein, los. Also, Leon, vergiss nicht. Wenn, wenn der Bulle fragt, wie es uns geht, dann sagen wir tiptop. Aber Hilfe. Hilfe. Uns geht das schlecht. Ihr sagt in der traurigen Stimme, dass es euch gut geht. Uns geht's gut. Es geht los, Jungs. Geht alle rein. Ja, geht rein, geht rein. Komm raus, Elie. Okay, Jungs. Mein Fahrrad. Er hat mein Fahrrad zerstört. Hilfe, ich bin in vier. Alles gut. Guck mal, die Bilder, das reicht doch. Hände hoch, alle. Hände hoch. Okay, okay. Wo auch? Ja, Entschuldigung. Ich bin ganz kurz fest. Ist mir leid, ist mir leid. Ich bin kurz, kurz, komm. Hilfe. Hilfe. Was passiert hier, Digga? Hier wird geschossen. Nein, ich habe die Scheiben verkauft. Alles gut. Er hat die Scheiben verkauft. Ah, okay. Sascha. Hilfe, Mann. Er wurde ins Bein geschossen. Scheiße, ich habe alle vergründet. Was ist passiert? Hilfe. Hilfe. Stellt euch alle mit Kau. Bitte tun mir nichts. Hilfe. Oh, ich habe mich gerade verschrocken. Ich dachte, ich stürme. Go, Jungs. Eine Geisel von euch kommt jetzt mit. Ich komme, ich komme. Okay, komm. Hilfe. Bis nachher, Sascha. Hoffentlich. Mach deine Hände hoch. Ah, check. Check. Hände hoch. Hände hoch. Ja. Hallo, hallo, hallo. Ja. 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 Ich mache sie hoch. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Hallo? Könnte die Geisel sich einmal kurz für mich anziehen? Anziehen. Vielen Dank. Anziehen. Einen Moment. Ja. Alles klar, habe ich. Hilfe. Habe ich. Ja. Ja, wir holen sie hier raus, okay? Aber bitte. Einfach den Forderungen der Geiselnehmer nach und es wird nichts passieren. Okay. Muss ich Angst haben? Nein, alles klar. Nein, nein. Du bist beim Unsicherer. Ich bin ein netter Typ. Okay, vielen Dank. Sie können mir dann die nächste so etwas zeigen. So, aber ich gehe wieder. Ich gehe wieder, okay? Ja, alles klar. Bitte helfen Sie mir. Nein. Hallo? Ach, du bist es? Du hast gar keine Maske an, hallo? Was ist los? Der Bulle, ich musste mich vorstellen. Und dann habe ich gesagt, wird mir was passieren? Er, nein, nein. Und dann bin ich näher dran gehören. Bitte helfen Sie mir. Und er so, ja, ich hole dich hier. Komm wieder raus. Komm wieder raus. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Wir holen Sie hier raus. Herr Officer, ich habe Angst. Herr Officer, der soll mal wieder hier ran. Ja, ja, alles gut. Renn, Leon. Rennen. Rennen. Nein, darf er nicht. Die werden mich abschießen, sonst. Okay, okay. Nein, komm rein, du darfst nicht mit rennen. Bitte lieber vorsichtig, fahre mal in den Laden erst wieder rein. Wir holen Sie wieder raus. Bitte, okay. Herr Officer, ich erschien Sie, der soll mal wieder ran. Sie holen mich hier raus. Geh weg, geh nach rechts. Ja, wir holen Sie raus. Dicht schießen, Mann. Bitte nicht. Ihr könnt doch nicht einfach meinen Kollegen schießen. Warte mal. Herr Officer, bitte. Nach hinten. Okay. Herr Officer, das ist immer eine letzte Rettung. Ja, ja, okay, okay, okay. Ja, wir holen Sie da raus. Alles gut. Danke. Sascha, beruhig dich. Sascha, beruhig dich. Alles wird gut. Tief durchatmen. Ich fühle mich so, wie wenn du einen Horrorfilm guckst. Uäh. Okay. Du auch. Eins, zwei, drei. Papier. Papier. Leon. Ich mach das, ich mach das, geh. Junge, du bleibst hier. Ja, okay. Keine Ruhe, Keine Ruhe, Keine Ruhe, Keine Ruhe. Ich bleibe hier. Alles gut, Bruder. Ja, ja, ja. Ich küsse dein Herz, Bruder. Alles gut. Hilfe. Hast du ihn gegeben? Los, los. Geh. Ja, ich geh, ich geh. Beruhig dich. Geben, Bruder. Darf ich gehen? Ja, natürlich. Aber, Leon. Ich kann nicht ohne Leon gehen. Du musst gehen. Ich kann nicht. Geh, weil du stirbst. Bitte. Geh. Aber mein Kumpel. Alles gut. Los. Okay. Kommen sie einfach zu den Kollegen in der Autos, da sind sie in Sicherheit, ja? Okay. Aha. Juhu. Hallo. 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 Oh, vielen Dank. Wie soll ich das erklären? Im Kopf. Ja, wie stellen sie sich das Ganze denn vor? Genau, genau, genau. Jo, kannst du dich auch einmal bitte wieder anziehen? Ja, natürlich. Äh, nee, gerne durchsuchen, bitte. Machst du das geil? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Aber du kannst dich auch ruhig wieder anziehen, mein Bestes. Okay. Und wie heißen sie? Ich bin der Herr Ramo. Herr Ramo, okay. Ich bin Sascha. Ja, ja, das ist ja der Freierabend. Freut mich, freut mich. Mein Beileid, geht's ihm gut? Super. Trotz der Geisern einmal gerade. Ich bin noch ein bisschen geschockt, aber es geht wieder langsam. Ja, das kommt noch. Aber bitte, mein Kumpel ist da noch drin. Den kriegen wir noch raus. Kein Sorge. Wir machen das nicht zum ersten Mal. Uäh. Ja, aber ich fand, ich wollte nicht so fest das Thema zugeliegt eigentlich. Oh, guck mal, die hauen ab. Guck mal. Oh, der geht so in die Hose. Das war's, Digga. Schau's dir an. Ah, die, der... Wir sind tot. Wir schießen die Tote. Das war's, glaube ich, schon. Scheiße. Shit. Uäh. Haben sie das Schwein bekommen? Was denn, was? Was denn jetzt? Bring... Bring... Bring sie das Schwein weg. Machen wir keinen Sinn. Darf ich ihm noch eine Bombe geben? Nee. Sie dürfen... Darf ich ihr Pferdeschwanz abschneiden? Okay, sie dürfen ihm eine Bombe geben. Jawohl, Mann. Ach, warum? Dann haben eine. Einlassung. Das ist für dich, Mann. Boah, Junge, Alter. Die KD war ja leicht. Die tat ja gar nicht weh. Alter, guck mal, was für... Was für... Ich glaube nicht mehr, nochmal. Okay, vielen, vielen Dank. Geht's gut, Jungs. Uns geht's super. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Polizei an die Macht. Ja, das ist... Die Polizei an die Macht. Die Polizei ist die Beste. Alles klar. Tschüss. Also, es ist keiner gestorben. Geißen ist frei. Tschüss, Herr Officer. Ue.